Hallo, hier ist CJ. Wie ihr seht, sehe ich durchaus wieder durchaus heute. Also alles super. Ich habe jetzt mein Gepäck abgegeben und Katharina wird sich erinnern, ich habe mal eben vier Kilo wieder auspacken müssen, sowohl aus Handgepäck als auch aus dem normalen Gepäck. Und ich sage es einfach nicht, ich spreche nicht. Ich könnte gerade richtig fluchen, Ticket habe ich geholt, ich sitze nicht hinter den Tragflächen, aber gut, hoffentlich am Fenster und wenn nicht, dann weine ich. Ganz doll. Und jetzt sitzen wir hier, haben noch gefühlt fünf Stunden Zeit, bis wir ins Flugzeug einsteigen können und wir essen jetzt gleich erstmal 30. Bis dann. So, yeah. So, yeah. So, short taxi time as well. Looks quite good for your time to arrive. Yeah, dad! This is off, we will let you just relax and move out during the fight, so. Duh. 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 Der Panther weist uns den Weg. Einmal bitte vorgehen. Hallo, ich sitze jetzt im Airbus A340. Man sieht ja einmal. Aber, warte, was wollte ich jetzt sagen? Erstmal ist meine Jacke gerade runtergefallen. Es regnen einfach Jacken und kam eigentlich auf der Lufthansa Decke. Leider sitze ich nicht am Fenster, wie man sieht. Das wirkt einiges auf. Ich hoffe, man sieht uns auch. Das wiegelt einiges auf. Aber auf jeden Fall wollte ich eigentlich den Start in die Landung filmen. Oh, da kommt Mandita. Da sitzt du. Hier. Gucke mal. So, Mandita kommt auch. Hallo. Ich hoffe, ihr versteht mich. Wir sind jetzt schon über sieben Stunden in der Luft. Oder gerade so sieben Stunden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall tun uns allen so ein bisschen der Popo und die Beine weh. Glaub ich? Oder? Ehe der Popo? Ja. Genau. Und irgendwie, also ich habe zwei Filme geguckt. Tinkerbell und Der Hobbit 2. Und gelesen habe ich und Tetris gespielt. Und ja, jetzt gibt es wieder mal ein bisschen Essen. Ich zeige euch das mal eben. Es gibt einen Hotdog. Und ja, da seht ihr, wie lange wir noch unterwegs sind. Nicht mehr. Nicht mehr. Da waren sie ja echt gemein zu mir. Raus ist da drin. Also die Kamera auch aus. Oder? Ja. Eường. Hallo! Hier sind Marlene, Jay und Panda. Er heißt Peach Peppino Paul. Okay, Peach Peppino Paul ist auch dabei. Wir fahren jetzt vom Flughafen weg, nachdem wir mit Sicherheit zweieinhalb Stunden da gesessen haben. Machst du so lange? Ja, mit Anstellen und allen berufenen. Also, dass wir aus dem Flugzeug rausfahren und bis wir jetzt hier drin sind, zweieinhalb Stunden. Aber mit solcher nette Begleitung? Ja. Ja, hallo. Geht die Peppino Paul ist dabei. Unser Weg weiter. Ja, jetzt bringen die erste Fahrt durch New York. Und... Ja, ich versuch mal so ein bisschen zu Videofilmen. Äh, zu Videofilmen, ne? Zu Sprache, das läuft auch super. Wir können viel besser Englisch jetzt, wo wir jetzt seit zweieinhalb Stunden in New York sind. Genau. Und das ist ein tolles Bild hier. Ja. 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 Ja.